Wir sind das Falkencamp Döbreach und wir sind Teil der Kinderfreunde Österreich. Das Falkencamp ist ein Zeltlager, das von Familien, Kindern und Jugendgruppen oder Schulklassen besucht werden kann. Wir liegen direkt am Milchstädtersee und haben einen eigenen Seezugang. Wir verfügen über Sportangebote wie einen Fußballplatz, Basketballkörbe, Tischtennistische, einen Beachvolleyballplatz oder Fahrrad- und Kanuvermietung. Selten kommt für Sie nicht in Frage? Kein Problem, wir haben auch Hütten für 10 bis 15 Personen mit kleinem Gruppenraum und Badezimmer. All diese Angebote befinden sich auf einem 5 Hektar großen, wunderbar grünen Gelände. Unser Ziel ist es, den Kindern und Jugendlichen Werte unserer Gesellschaft näher zu bringen und zwar außerhalb des Klassenraumes. Wir glauben, dass jeder Einzelne von uns die Welt zu einem besseren Ort machen kann. Indem wir uns an Problemen anderer beteiligen und solidarisch miteinander umgehen. Jedem die gleichen Chancen geben und der Vielfalt offen begegnen. Wie machen wir das? Zum Beispiel, indem wir die Kinder und Jugendlichen in die Programmgestaltung mit einbeziehen. Indem wir bewusst die veralteten Geschlechterrollen einmal anders zuteilen. Indem wir Raum für die verschiedensten Talente geben und zum Beispiel der Vielfalt von Sprachen positiv entgegenkommen. Oder indem wir mit Spielen vermitteln, dass manche Dinge einfach nur gemeinsam zu lösen sind. Sie wollen Ihren Schülerinnen spezielle Werte vermitteln? Dann stellen wir auch gerne spezielle Angebote zusammen, um die Werte in unserem Camp erlebbar zu machen. Besuchen Sie uns auf www.falkencamp.com Gemeinsam verändern wir die Welt.